Herzlich Willkommen im Kur- und Thermenhotel San Andreas. Zentrumsnah gelegen in Bad Füssing. Europas beliebtestes Heilbad verwöhnt seine Gäste mit drei Thermen und einem unvergleichlichen Gesundheitsangebot. Wir kümmern uns persönlich um ihre Belange. Musik Unser Küchenchef mit dietetischer Zusatzausbildung verwöhnt Sie mit abwechslungsreicher Speisenfolge nach dem Motto, es gibt nichts Besseres als etwas Gutes. Genießen Sie daher eine vorzügliche Küche mit leichten, bekömmlichen und schmackhaften Gerichten. Musik Es erwarten Sie helle und behagliche Räume, alle mit ansprechender Ausstattung und mit Liebe zum Detail eingerichtet. Die Zimmer beinhalten Dusche oder Bad mit WC. Unsere Betten sind mit Bandscheibenmatratzen ausgestattet. Sie werden es genießen. Musik Die detaillierten Zimmerbeschreibungen finden Sie auf unserer Homepage kurhotel-san-andreas.de Wir verfügen über ein Sportschwimmbecken mit 28 Grad warmem Wasser. In unserem Thermalbad sprudelt das legendäre Bad Füssinger Heilwasser aus der Ursprungsquelle mit einer Temperatur von 36 Grad. Die vielfältigen Angebote unseres Physiotherapeuten entnehmen Sie bitte unserer Webseite. Die ambulante Badekur ist durch eine Gesetzesänderung eine Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenkassen. Sobald Ihr Antrag genehmigt wurde, kann Ihnen unser Badearzt die Therapien und Behandlungen in Bad Füssing verschreiben. Weiterhin stehen Ihnen ein modern ausgestatteter Fitnessraum und ein mediterraner Außenbereich zur Verfügung. Musik 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 Musik